so jetzt noch mal das gleiche mit stabilisierung gucken mit einer hand hier halten mal sehen jetzt bin ich schon wieder mit den hunden die stabilisierung hier nicht ich muss ja nicht gezwungen doch mit externen programm zu stabilisieren jetzt kann man google fotos probieren ob ich es damit hinkriege zu stabilisieren natürlich ein bisschen krass aus jetzt hier alle blätter weg sind kann man natürlich hier ziemlich weit rein sehen fast aus wie so ein bieber in die bauter damen hier und hier dann doch klar ich muss es erstmal jetzt ok ok